Wir sind noch weiter nach Berlin. Dort werden wir jetzt eine Stunde landen. Noch wettermäßig sieht es in Berlin richtig gut aus heute. Und feier Himmel und derzeitig eine Temperatur von 21 Grad Celsius. So, dann hoffe ich, dass Sie sich unser Wort vorführen und wünsche Ihnen weiterhin noch ein Angenehm.